Ja Leute, weiter geht's bei Metroid Fusion. Ja, wie ihr... Was haben wir letztes Mal überhaupt gemacht? Das muss ich denn da... Wir reden einfach erstmal mit einem. Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Also, okay. Besprechen wir wiederholen? Nein. Achso, äh... Finden und Neutralität... Achso, ja, stimmt, ja. Oh Gott. Jetzt wird's... Achso, ja, wir sind der... Ah ja. Schon okay. Jetzt müssen wir hier in Sektor... Sechs? Nock? Ne, Sektor Fünf. Wow, fette Ausfläche-Manöver. Mit dem Beam hier können wir uns echt sehen lassen. So. Okay. Äh, der Wachroboter hier... Roboter... Roboter. Ich glaub, das SA-X ist jetzt auch nicht mehr allzu gefährlich. Hoffe ich mal. Also, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Moment. Was ist das? Achso, da war man ja schon. Das ist anscheinend ein geheimnis. Oh man, das macht echt Spaß jetzt, das Spiel. Mit dem Beam und alles. Also, das ist mir aufgefallen, in den letzten Parts freue ich mich immer so über, wenn ich über den Endgegner gewinne. Aber ich weiß nicht. Weil, es ist einfach nur genial, die Endgegner hier. Und wenn man es dann schafft und so eine geile Fähigkeit erhält, dann ist es halt quite awesome. Mal gucken. Achja. Äh. Moment. Haben wir vielleicht irgendwo ein Target? Nee. Wachroboter, Sektor 6, noch geortet angreifen. Gute Deutsch. Ich gehe einfach mal hier weiter. Also, ich weiß jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein, wo er ist, aber... Ähm, ja. Wow, das geht echt gut. Wenn ich jetzt alles einsammeln kann und so. Ja. It's very, very nice. Das ist echt cool. Ja, und, ähm... Ja, Wachroboter diesmal ist auch nicht allzu schwer. Also, äh, geht. Jetzt nicht wirklich... ...so schwierig, dass man jetzt sagt... Oh Gott, der ist schwierig. Nee, also, ähm... Wo bin ich denn jetzt schon wieder mal? Ähm... Oh, seh, hier geht's doch irgendwo runter. Ja, hier geht's doch bestimmt irgendwo runter. Ja. So. Okay. Gut. Mal sehen, wie sieht hier aus. Hier war der Achtung Scheiße, hier war der SRX. Oh Gott, bitte. Es kommt hier nicht wieder her. Aber ich hab noch ne Idee hier. Mal sehen. Kommt hier vielleicht irgendwo ein Geheimkommen? Nee. Naja, okay. Gehen wir halt weiter. Hier waren ja so viele Gegner. Da ist ja unser Beam einfach nur perfekt. Ich speichere vorsichtshalber mal hier ab. Nicht, dass ich jetzt hier so ein Wach-Roboter bei Gegner und der dann doch so stark ist. Ähm, ja. Du kommst hier. zerstört. Ah ja, hier war also dieser Boss, der dieser auch so schnell, weil der man nur noch Raketen besiegen konnte. Ich will kurz den ganzen Teil der Kater kommen. Aber wo ist denn jetzt dieser verdammte Wach-Roboter? Ich geh einfach mal hier weiter. Weil der ist ja leider kein Target hier so. Mann, Mann, was sind hier? Ich hab' ja gekocht. Dupdi-dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup. Boah, ich will den endlich finden. So, 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 hier vielleicht. Mann, dann geht er einfach mal. Na, scheißen. So, hier lang. Er hat halt einmal im Kreis gelaufen. Macht ja nix. Überhaupt nicht. Nein, das ist ja nicht langweilig. Oh, ne, das ist wie mein letzter, einer, dingster Part. Wo ich, ähm, wo ich, äh, hier, ja auch so. Nix gefunden habe, da. Hm. That's very complicated. Gerade. Mal sehen. Also. Hä? Wo soll der verdammte Wach-Roboter denn sein? Hier? Ist mir egal, ich leg jetzt ne Powerbubber. So, hier. Sind wir hier. Okay. Wie sieht's hier aus? Geht's hier weiter? Hier geht's auch nicht weiter. Wie sieht's hier aus? Ach, hier, hier geht's auch weiter. Äh, naja, okay. Jetzt hat uns nicht gerade was gebracht. Wieso ist er hier nicht? Er sollte hier irgendwo sein. Moment, erstmal hier erkunden. Ist egal. Jetzt kann ja sein, dass er hier doch irgendwo ist. Ja, komm, ich. Ne, und so. Ich hab' ja wieder im Kreis gelaufen. Ne, 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 ne. Ich geh da jetzt nochmal hoch. Ich kann wirklich nicht dafür, Leute. Es ist grad'n bisschen langweilig, aber ähm, den zu finden, ich weiß nicht, ist für mich anscheinend zu viel verlangt. Hm. Ach. war halt so fertig. So. Komm schon, ey, ne. Ey. Jetzt wird's peinlich. Mann, ey. Sorry, dass ich den Part hier mit solchen Müllvollstopfen hier. Aber, äh, ich muss ihn halt finden. Guck, könnte er sich denn aufhalten? Hm, Moment. Jetzt noch mal. Ich geh jetzt erstmal. Ich haste die ganzen Gegner hier, ey. Wow, das war mies. Wie stell' ich mich eigentlich gerade an? So dämlich wie noch, ne. So. Dann ging's hier mal weiter. Gut. Vielleicht... Ähm... Oh, hier, hier war doch ein Raum. Ich will erst mal voll machen. Ah ja, hier muss es weitergehen. I love it. I just love it. Ich bin so blöd. Tut mir leid für dieses... dämliche... Äh... Oh, was wollt ihr denn hier, ihr Kleid? Hier geht's bestimmt weiter. Screw attack. Den Arsch. Kommt mir nicht mehr hoch. Ah ja, stimmt. Okay, mal sehen, was gibt es denn hier? Ist mal nach hier. Immer wenn's nach Sackgasse aussieht... Moment, das hier sieht mir ja ganz schön nach. Schade doch nicht. Gehen wir mal weiter nach hier. Was gibt's denn hier so schönes? Außer Gegner. Es gibt hier... Einen Speicherraum! Das können wir gelegen. Speichern, jawoll! Speichern, geschlossen. Ach. So. Gut. Was ist hier? Eine Kamera? Hallo? Oh my God. Was? No entry? Ach du Scheiße. Äh... Äh... Authorization. Also nicht... Nicht autorisierte Person ist der Zugang nicht gestattet, so ungefähr als Übersetzung. Und wozu ist denn ein Wachroboter da? Um sowas... Ja, ihr habt's gehört. What the fuck? Oh Gott, muss ich da jetzt wirklich rein? Ja, ich muss. Wünscht mir das Glück. Wünscht mir das Beste. Ich brauche hier nämlich erstmal eine Powerbomba. Und elektrisiert das Wasser. Komm schon, komm her. Nein! Okay. Komm her. Wow. Nein! Wow. Nein, Mann! Mann, ich... Immer, immer zu... Immer so irgendwie so... Eine kleine Einheit zu spät, ey. Ich wette, ich schaff's nicht. Oh Gott, das wär so peinlich, ey. Komm schon. Ja, klar. Ja, klar. So. So. Abgewehrt. Halte ich doch mal fest, Damos. Woho, ich bin gerade zu still für die Welt. Wow, der Angriff war genial. Wow. Mist. Er war nicht genial. Ja. 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 Nein. Komm her. Ah. Ah, komm. Wow, fuck. Ah. Ah. Komm her, wieder, Dicker. Mann. Ey. So ne Scheiße. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Siehst ihr? Ich werd's nicht schaffen. Ja. Das schaff ich jetzt niemals. Ja, ich bin tot. Ähm, ich würd sagen, hier sind auch 14 Minuten und sieben Sekunden vorbei. Ich freu mich auf den nächsten Teil und sag tschüssi.